Servus zusammen, es ist Mittwoch, der 13. März und wir haben 17.35 Uhr. Es gibt wieder ein Kasper der Woche und vor euch liegt der 15-Minuten-Chart von Adolf Dassler. Die haben ja da alle möglichen Nachrichten gebracht. Das hier war gestern 9 Uhr, 195, runter auf 184, dann hoch auf 201. Man muss sie mögen. Also wirklich, Adidas ist eine Aktie, die muss man mögen und wenn man die Long oder Short hat, muss man die auch mal 50, 60 Punkte gegen sich aushalten. Ich handel die nicht gerne, ich halte die für sehr schlüpfrig und ich bin da nicht so gerne dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wer da hier das gut erwischt hat, der hat schon richtig seinen Spaß gehabt. Gehen wir zum DAX. DAX, DAX, da gab es ein paar Beschwerden, ich sehe den Markt nicht richtig. Das stimmt. Ich habe den Markt hier. Ich war jetzt hier, war ich im Urlaub. Ich habe das nicht gesehen, dass der heute mal, was waren wir, 18.001 oder sowas. Hätte ich nicht vermutet, gebe ich ganz offen zu. Aber ich habe auch nie irgendwo behauptet, dass ich immer richtig liege. Für mich ist der Index an sich relativ schwierig zu greifen momentan, gebe ich auch zu. Ich habe auch jetzt in der letzten Woche, seitdem ich wieder da bin, habe ich nichts mitgemacht. Aber in den ganzen Filmen, auch schon seit Wochen, nenne ich auch immer Alternativtitel zum Index selbst. Da war eine Rheinmetall, die sind 100 Euro gestiegen, die Nordex 15 Prozent, BYD, die haben jetzt vier Wochen nichts gemacht. Auf einmal sind sie jetzt hier seit zwei Tagen 10 Prozent besser. Da war der Nvidia Put, den habe ich gut erwischt. Das war hervorragend. Oder nehmt mal den Film von PayPal vom Montag. Die Optionen haben sich verdoppelt, ja, innerhalb von zwei Tagen. Zum einen muss ich nicht immer meinen Seelenheil im DAX suchen, aber, weil das ist ja ein DAX-Film hier, ich nenne auch gerne mal Alternativen. Was jetzt den Index hier selbst angeht. Überall, wo ich reinschaue in alle möglichen Finanzseiten, da kommen aus dem FF Neufonds, KI-Fonds. Da sind da eine Nvidia drin mit 900 oder eine Supermicro mit 1100, die sind dann da drin. Kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie. Okay, das macht mir Angst. Und nach wie vor, wer auch immer mich anspricht, ach, du machst Börse, was hältst du denn davon? Also ich finde, das steht hier sehr auf tönernen Füßen. Ich werde einen Teufel tun, hier irgendwas zu kaufen. Ich gebe dem Index noch seine 200 Punkte oder sowas. Das ist sehr gut möglich. Ich habe kein Verkaufssignal. Das ist also der Tageschart. Ist er das? Ja, genau. Und wenn ich den hier so sehe, Moment, jetzt muss ich das hier ein bisschen hoch machen. Ich habe hier kein griffiges, Moment, kein griffiges Verkaufssignal. Habe ich nicht. Das ist alles hoch, höher am höchsten. Citius, Alcius, Fortius, wie ich das neulich mal geschrieben habe. Aber ich habe kein Verkaufssignal. Nur ich kaufe auf diesem Niveau definitiv nichts mehr zum Long. Ich habe heute das erste Mal Putz gekauft. Das sind 18.370er. Normales, ein kleines Volumen, sagen wir es mal so. Aber ich habe so viel von diesen ganzen Sparplänen noch. Irgendwann musste ich auch mal ein bisschen absichern. Deswegen, der kann hier noch seine 18.000 noch mal ein bisschen deutlicher ausfüllen, als das, was wir heute hier hatten. Das war echt ein bisschen wenig. Trotzdem könnt ihr euch alle T-Shirts drücken. Ich war dabei, DAX 18.000. Aber in der Vergangenheit, und das war auch bei 17.000 so, sind wir da erst mal rangegangen und dann haben wir ein bisschen verloren. Deswegen, ich sehe das hier nicht so. Den Verfalltermin noch mal am Freitag, ich nehme den nicht so ernst. Das größte Volumen war bei 17.600, wenn ich mich richtig erinnere, von den Scheinen, also von den Optionen her. Also noch mal hier auf den Tag gesprochen. Ja, wir sind hoch. Wir schließen heute, glaube ich, wir schließen sogar, doch, wir sind leicht besser als gestern. Aber wirklich nur leicht. Aber wir schließen am Hoch. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Luft hier oben sehr dünn ist. Ich rechne mit der Korrektur bis runter bis zur 20-Tage-Linie. Durchaus noch in dieser Woche. Das würde sehr gut passen, die 17.600 für den Freitag. Das würde sich dann mit der 20-Tage-Linie verbinden, mit den Optionspositionen und mit dieser Unterstützung hier. Das sind 17.600. Auch erst dann, wenn wir die 17.600 hier, 17.610, wenn wir die mit Schlusskurs unterbieten, dann ist diese ganze Bewegung hier zumindest mal gefährdet. Sagen wir es mal so. Ich habe keine echten Widerstände nach oben. Das hatte ich letztes Mal auch schon gesagt. Ich wüsste nicht, wo ich es da anlegen soll. Ich habe kein Verkaufssignal über den Oszillator. Jetzt gucken wir mal hier über die vier Stunden. Das war am Freitag so, dass er hier dann zwar ein Verkaufssignal gegeben hat, das war allerdings am Freitag erst ganz spät abends ein bisschen griffiger. Da waren wir dann hier irgendwo, ich muss gerade gucken, 16 Uhr, 20 Uhr. Dann haben wir dann mit dieser Kerze das Verkaufssignal deutlicher gemacht, aber es hat auch nicht so viel gebracht. Ich bin überrascht über die innere Stärke vom Index. Ich schaue ja gern den Vergleich Nasdaq zu DAX. Neulich war der Nasdaq 800 Punkte über dem DAX und jetzt sind es nur noch gerade 100 Punkte mit Myonot. Das heißt, der DAX ist in sich stärker als der Nasdax. Sagen wir es mal so. Ich weiß, dass dieser Vergleich hinkt, weil es sind andere Aktien, aber ich gucke da ganz gern drauf. Wir haben über den vier Stunden Chart, werden wir zwar hier weicher, aber das ist auch für mich noch kein griffiges Verkaufssignal. Hier ist ein lang und kurz, da fehlt noch eins. Das kann vielleicht heute Abend, jetzt muss ich überlegen, 16 Uhr, 20 Uhr mit der 20 Uhr Kerze kommen. Das muss man dann mal schauen. Das habe ich noch nicht. Aber ich bin noch momentan nicht so sehr überzeugt. Aber hier sieht man diese Unterstützung, hier so bei 17.610, hier sieht man so deutlicher, das wäre dann eine Geschichte, die uns durchaus führen kann, erstmal bis zu 17.200. Die Stunde bringt uns überhaupt nicht weiter. Also mich zumindest nicht, ja. Neutral, 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 an dem 20er gleitenden Durchschnitt, also nur unwesentlich drüber, kann ich nichts mit anfangen. Ich lasse diese Scheine hier unverändert. Das sind die gleichen Chords, lediglich mit geänderter Basis, also die gleichen K.O. Turbos mit der geänderten Basis. Und den lasse ich auch drin. Das ist der 18.099er Put. Das ist im Moment ein 107er Hebel. Guckt nicht auf den Hebel. Mir geht es darum, wenn ich jetzt hier irgendwo ein Verkaufssignal bekomme, was vielleicht eine Tragweite von 50 bis 70 Punkten hat, ist es eigentlich fast egal, ob ich den nehme oder den. Aber ich nehme dann immer die Dinger, weil dafür kann ich dann noch ein paar mehr nehmen. Also, ich bleibe verhalten. Ich sehe den Markt nicht nennenswert weiter steigen. Ich weiß, dass ich schiefgelegen habe in den letzten Wochen, im Sinne von diese Bewegung nach oben nicht mitgemacht im Index, aber dafür in diversen Aktien. Und ich werde auch weiter in den Aktien bleiben. Bei, das sage ich Ihnen jetzt, die PayPal, da habe ich also jetzt die Hälfte verkauft, bei fast einer Verdopplung. Und der Rest, der ist jetzt Stopp, Einstand und dann mal gucken, was passiert. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.